wie gut gut zu einer weiteren folge die vor 16 im Modus heute ist das Finale das erste Portraff und ich bin gespannt bin ich schon aber die muss nicht sein um gut es geht die mensch ist es die halte das kann ja mal ein dickes Ding werden mal gegen die gewinnen dann bin ich auf jeden Fall zufrieden okay aber viel zu weit also auf 2 immer noch zu weit es kommt auf 5 so wieder 2 egal ja egal das war gut aber nicht so gut aber jetzt ist es auch weiter weg bang bang ja okay genügt 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 los geht's los geht's oh alter alter wenn wir das hier jetzt gewinnen wie ich auf jeden Fall richtig happy aber jetzt mal nicht um den Sieg denken sondern erstmal spielen die machen schon zu wie was weiß ich was ronaldo spielst du denn hin nicht an den Ball komm nicht dran nein okay der ballismus oder doch nicht oder doch nicht oder doch nicht kommt sie bekommen aus gut erste gelegenheit für mensch ist doch wir können jetzt konnte über grießmann die gewisse stark so Ah, die stehen auch hinten wie was, weil ich was... Schön. Lauf mal wissen. Schöner Spin. Ah. Ich will das Spiel einfach nur gewinnen. Bitte. So. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Zack. Und lauf, Ronaldo. Bang. Ah, was? Oh, schön. Okay, meine Hunde war uns. Ah, fast. Wieder. Okay. Oh, oh, weiter mal. Zu weitermachen. Komm schon. Komm ran, einer. Ah, fast. Die Spiele richtig stark. Puh. Wenn wir hier das Spiel gewinnen, dann bin ich auf jeden Fall stolz auf mich. Lauf mal ein bisschen, passt. Und dann wieder so'n Scheißpass. Mach den Pass, mach den Pass, mach den Pass, mach den Pass. Ah, fast. So nicht auskontakt lassen. Alles nur das nicht. Oh oh. Komm, kippe. Komm, kippe. Naja. Wir bekommen den Ball nicht nach vorne. Und eine Halbzeit. 0-0-2-1-1. Das geht nicht. So, zwei Halbzeit. War ein paar neue Spiele da vorne. und es geht los da hat man sich gut krick schnipps mal naja schon ups quits of name lauf mal lieber oh, da lauf ich noch in das Haus schön check schwein 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 uuugh Oh nein. Oh mein Gott, wie der durchgeht. Was? Der Kassier einfach von der Linie. Okay. Huh. Okay, das war sehr stark. Das war sehr gut und sehr stark. Oh, aber das war weniger stark. Okay, das war wieder sehr gut. Jetzt die Flanke, nein. Nein, Pusten! Nein! Was kann? Was? Wieso? Nein! Alter! Alter! Oh, Mann! Oh nein! Oh nein! Sorry. Oh nein! Oh nein! Ah, fast! Abseits, alter, das war nicht mal Abseits. Mann, komm schon. Nein, das war jetzt kein Abseits. Mann, Kopfoldwell gewinnt, danke. Oh, dann hol ich doch nichts, nimm den Ball, Rodríguez. Walker gegen die Sterling. Nein. Weg der Ball. Und wieder so'n scheiß Ball. Schön. Der Schuss! Nein! Wie knapp war das denn jetzt wieder? Mann! Okay. Kommt der Pass. Schön. Auf die Außen. Kommt der Schuss! Mann, das kann nicht sein! Wie viele Chancen brauchen wir noch, um zu treffen. Komm schon! Oh nein! Oh, zum Glück! Alter! Ich dachte gerade. Nein! Komm, hol dir den Ball. Gut zu nehmen. Mann, lass doch weiterspielen! So geht's in die Verlängerung. Alter! So geht's in die Verlängerung. So, ab geht's in die Verlängerung. Alter! Was ist die Ayaturi für'n Brocken? Mann! Schön. Was? Voll! Okay, komm schon. Komm! Mann! Okay, schön. Jetzt vielleicht mal. Bang! Ja! Das kann doch nicht sein! Wir treffen tatsächlich in der hunderten Minute! Alter! 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 Sehr defensiv! Und überkont. Komm schon! Auch! Aufwoller gewinnen! Okay, aufsatz! weit nach vorne! über die zeit normal also in der zweiten halbzeit der nachspielzeit normal nur hier auf defensiv und dann geht Ja. Alter! Nein! Komm schon! Ja! Das kann das sein! 12-0. Alter 12-0! 12-0 Alter 2 zu 0! Yes man noch vor der halbzeit 12-0. Komm schon, komm schon. Komm. Wir lassen Sie kommen. Okay. Alter. Kurzer Schnaublek. sie sind die Söder sind wir auch schon und wir haben es noch ein draufpacken und dann wird es auch getan aber wir wollen die Finsiege weg der Ball weg den Ball ja so ist es auf alle Fälle noch einen drauflegen so auch nicht dankbar richtig schlecht komm schon nein ok weit nach vorne müssen das ganze nur noch über die Zeit bekommen dann haben wir es geschafft nur noch über die Zeit komm schon ja gut so kommt der Pass noch ein weiter 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 komm schon oh Alter die sind jetzt so offensiv wie was weiß ich was weit nach vorne komm schon noch eine Minute und dann haben wir es geschafft und jetzt können wir noch gleich nochmal kontern ach schade eine Minute verbleibend so ja wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir haben es geschafft man yes wir haben es geschafft mal schauen was wir bekommen ein Jumo Premium Gold Set und ein Premium Gold Set das ist gut 26 Objekte von Gold und 7 und dann auch normales 7500 Set und ja er hat es geschafft wir haben es tatsächlich geschafft und ja ich würde sagen das war es von der Folge und wir sehen uns beim nächsten Video bis dann haut rein und ciao